Wir brauchen größere Visionen und darauf bestehe ich. Rohstoffe, Kobold, wo kommt das eigentlich her? Und da gibt es jetzt die ersten Batterien, die auf Kobold verzichten können. Liebe Nichtmänner! Wenn der Energieverbrauch am höchsten in Deutschland ist, ungefähr mittags zwischen 11 und 12, verbrauchen wir ungefähr 80 Gigabyte. Aber wenn man den Benzinpreis um 3 Cent erhöht, die Pendlerpauschale aber um 5 Cent erhöht, dann lohnt es sich eher mit dem Auto zu fahren als mit der Bahn. Robert, du hast doch einen an der Waffe! Die Pendlerpauschale wird aber auch bezahlt, wenn man Bahn fährt. Ja, aber nicht, dann ist es ja nur die Erstattung des Bahntickets. Robert! Oder wird sie dann, das weiß ich gar nicht. Aber die entscheidende Frage ist, ob man dann mit dem Auto einen Anreiz hat zu fahren. Schatz, halte Bagger, ich sage dir! La, 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 meine Güte! Man kann es also zusammenfassend sagen, uns Grünen ist der Fisch wichtiger als der Joint. Ha, 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 ha!